wenn ich verstehen die hatte ich zu hause ein zimmer ihre praxis hat und dann mal einen anderen karton hat auch noch eine praxis okay dafür sind dann immer fix und fertig dann wenn es fünf oder sechs leute am tag dann durchmassieren muss für die ds pro seite jetzt hat sich jetzt mein rechner jahren die erste runde war eine bonusrunde schüttelock zu blocken die führte nach a mit rüber fangen okay einfach mal im letzten mal bin ich hier c gefahren muss ich auch war mit der jammer kann ich nicht alleine lassen rechts viel glück und ruhige wasser ich schulde ihnen was und dreht jetzt der kreuzer ab die minute auf ich brauche ihre unterstützung diesen bereich erobern machen wir drüben doppelkurve aus dem verstanden salut wo will sie denn hin weg kliwi kommt bei mir mit dafür hast du zwei ersatius ne oh minu dreht um also ehrenkreuzer können noch zu euch fahren zu uns die sache ist da so ein käse zerstörer da musste aufpassen der große weite tors klub 20 oder 18 oder zwölf kilometer kamerad ich brauche ihre unterstützung es ist ja action doch da ist ja schon einer drin ich brauche ihre unterstützung der mit der kette ist ein bisschen ja Hä? Hat der auf die nicht geschossen? Tatsächlich. Was ist denn das für ein Affe? Also wenn man auf mich schießen mit der Tiefländer, dann kriegt der kleine Breitseite von mir. Fährt gerade so geschieht. Soll ich mal die Gummahre? Ich habe alle Punkte, Junge. Alle Punkte haben die. Fuck you. Hallo Mino. Achtung, melde Zielposition. Alle Stationen, hohe Feuerunterstützung. Oh, 27.000 hat er gegräßt. 29.7 von mir. Einschlag bestätigt. Ist er gleich schon fertig? Oh. Ja, Mann. Wo ist die hin? Die Hammer ist da. Siehst du? Aber hier haben wir jemanden mit Rodan. Sehr schön. Oh. So, den ersten Kreuzer habe ich raus. Gut, okay. Kamerad, ich brauche Ihre Unterstützung. Wohlhem. Jo, jo. Da kommt Torps. Da kommt Torps. 12.000 auf eine wegfahrende Yamaha. Ja, passt schon. Schiehen wir es raus. Sehr schön. Zieter. Gucken wir uns mal auf die Yamaha an. Ich glaube, es ist jetzt noch keine Zieter. Doch, zwei Zieter. Stimmt ja. Das war ja die Mino. Da kommt ein Türpett, siehst du? Und ein Tiefland. Tiefland steht. Aua. Alle Stationen. Brauche Feuerunterstützung. Oh, St. Louis, Junge. Guck doch, wo du hinfährst, Mensch. Alle Stationen. Feuer auf das Ziel konzentrieren. Achtung, melde Ziel. B-Position. Kameradot, ich brauche Ihre Unterstützung. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Schönes Ding. Ja. Kriegt Torpedos von hinten in den Sack. Naja, und jetzt kommt die Torpedos. Jetzt habe ich sie nochmal. Die sind ausgelaufen. Oh. Das ist geil, Junge. Das ist so geil. Zerstörer-Toren hintenrum. Ja. Ich mache mal nochmal Uhr an. Pinge mal ein bisschen mit. Äh. Ja. Okay. Oh. Das ist gut. Okay, keine bösen Überraschungen. Ey, so ein Vollidiot. Ein dämlicher Trottel, Junge. Ja, es ist. Kann man, kann es ja enthalten, die anderen. Oh, die doofen, die jungen. Unser Ziel hat die Führung übernommen. Ich habe hier noch ein bisschen. Ich gehe ein schönes Schiffchen. Hm? Ich gehe ein schönes Schiffchen, der Kurfürst. Hm. Aber auch treffen muss. Wir lernen es ja mit dem Gerät hier. Ja, das ist typisch deutsche Streuung, ne? Ja, noch niemals ein Schöntortreffing manchmal. Da könnte fünf Kilometer entfernt stehen. Trist du, ich schieße komplett vorbei. Komm, 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 komm. Wechseltreffer. Na ja, okay, 70.000 Scham bin ich, na ja. Hm. Und? Nix. Alles wieder vorbei hier. Aber ich sehe, dass Carsten hier lustig auf die Jammer schießt. Hm. Sieht aus wie ein lustiger Bogen. Unser Team hat die Führung übernommen. Aufklärungsflugzeug geht zum Schiff zurück. Jetzt habe ich es ja getroffen. Jetzt, wo das Flugzeug wieder drin ist. Ach ja. Cleveland, Junge, hol doch die Benson. Was da alles an Torpedos auf die Jammer drauf zuläuft. Der ist so behindert. Wann macht der das denn? Legt sich mit dem Kurfürst an. Behakt den. Mit der Benson oder was? Ne, mit der Cleveland. Cleveland legt sich mit dem Kurfürst an. Ist ja mutig. Ja, das ist... Ja. Und er schießt nicht mal HE. Jo. Weg ist er. Anstatt sich die Benson rauszuknallen. Er geht jetzt auf Zerstörerjagd. Er will in Bären fahren. Oh. Das war er, glaube ich. Ich hab jetzt noch ein Schlachtschiff. So, dann haben wir noch ein Kreuzer und... Die Kreuzer und ein Schlachtschiff. Den Kurfürst? Kurfürst und Ruhe sind beide in C drin. Okay. Das wird interessant, dann aber ob ich da noch was herabkriege, weiß ich nicht. ich glaube ich nicht wen stehen an der hintersten insel dran und was ist das denn was sollen sie auch machen ich hab kein flieger da und ich hab meine mein kurvist ja nicht auf reich weiter gepimpt macht auch keinen sinn beim kurvisten macht ja kein sinn da hast du gesteuung da kannst eigentlich ein kurvisten hinstellen dann schießt du noch 100 meter davor und 100 meter dahinter auf reichweite zu trinken die streuung des todes wieder und jetzt hätte es vielleicht noch ein bisschen gut unser sieg ist in sicht Hm. Omni-renn. gib mir noch ein wenig schaden ein wenig schaden noch auch noch wieder da da ist egal 98.000 ist zufriedenstellend für mich ich habe 80 nicht so schön wie die runde vorher aber nur was soll es 3000 ep schlecht ja der 29 7 hat da gefressen bevor den kasten ausgenommen hat vier stück vier granaten jammer ja du kannst mit dem kurvisten schon schaden machen wo du brauchst wirklich lohnende ziele ansonsten motorboost 2 habe ich bekommen nett danke äußeres freie ep ach ich trottel das wär mal schön mal wieder so ein super container mit 75.000 freie xp zu kriegen ich habe falsches signal dran gepackt für freie ep 177 prozent freie ep habe ich an die yamato drangeschnallt ich wollte eins mit normalen eps haben so ein boosterling da mosaik weißt du ja so ne so ne so ne so ne gespeed schaden dann hab ich denn keine normale mehr ep gefecht hier oder drache zum beispiel gibt 100% das hätte sinn gemacht aber doch nicht freie ep op Vielen Dank.